Ich bin's der Böttcher, Chris. Servus! Ich störe nur ungern beim Saufen. Aber macht's nur weiter, es stört mich auch nicht. Wir müssen die notleidende Brauindustrie ein bisschen unterstützen hier. Freut mich, dass Sie diese Aufgabe so ernst nehmen. Und jetzt schon ein paar Minuten. Ihr schaut alle so gesund aus. Ihr schaut echt gesund aus. Schweifelt, mein lieber Mann. Man merkt, dass das AKW zwei Monate abgeschalten ist schon. Das ist wirklich, wirklich gut. Vielleicht bleibt's ja so. Ja, ich glaub's nicht, oder? Da sind ja alle zu heimisch auch vertreten. Ich kenn schon ein paar Leute hier. Alle zu heimisch vertreten, mein lieber Mann. Ich kenn eine positive Musik wie Ja, 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 jetzt wird wieder in die Ende gespuckt. Ich steigern auf. Nein, nein. Stattdessen winselt ihr was Ramazzotti. Meine Aktien spekulationen. Und alte Schlagertaufen wieder auf, aber in neuem Gewand. Zwei kleine Börsianer, die springen vom Buch aus Dach. Zwei kleine Börsianer, die machte die Krise flach. Ich habe schon sehr viele Probleme mit der Börse gehabt. Das war Peter Maffay. Es ist schon ein paar Jahre her. Du kennst ihn auch noch, oder? Ja. Ich soll mich nicht gestört fühlen, oder? Das ist gut. Also ganz natürlich agieren. Entschuldigung. Die muss man wichtig nehmen, die sind vom Bachturm. Ich stehe ja immer an der Ecke. Und es war Sommer, das erste Mal im Leben spekulierte ich. Und von der Böse wusste ich nicht viel. Ich kaufte Aktien und jetzt habe ich mein Tee. Schuld war der Sommer, Schuld war Ronsommer. Wissen Sie, Tee abziehen, wir haben uns in der Party. Niederleidisch, Niederlag, Rommel. Ich bin der Seid und ich bin Bauer. Ja, und ich suche einen lieben Schatz. Weil auch die Schönste, die ich meine Hälte, ist kein verwertiger Ersatz. Ich bin der Kaffee durch und immer ein. Da kommt mein Sex weh und nicht ein Geschwind. Ich stelle die gern am Morgen ein in den Euter. Und die mit Bauer kommt sie gut an ich. Ich bin die Ingenbauer, komm aufs Tier. Ich bin schon seit 20 Jahren allein. Mein Schnee, der Schlaubert sollte in der Riegel Neu in einer Kur, wo er stand. Ich treu' der Unterweil, der Wünsch, der Haferstisch von einer schönen Lebensnacht im Heu. Ich bin ein Arbeitsklau, was Rutschlandläuschen und so eine Zeit gewünftem Bauernbeu. Aber ich bin gerade so ein Kuhl-Ox, so ein Pots, ich war so ein Frau Mauer, so ein Zau. Oh, bleibt sich gleich, ist was? Und die Moral von der Rückschicht, mehr Bauern, mehr von der Politik, nur ignoriert. Ja, ja, wie schön, das RTL uns wenigstens noch sexuell subventioniert. Blut, ich fühl's im Bauch, es brennt in meinen Eingeweiten. Es ging mir gut, ich wusste stets, was ich am Bayern lieb. So an welchem Land regiert es sich, wie ein Familienbetrieb. Doch jetzt, da steht die CSU so schlecht da wie noch nie. Und alles nur zwecks meiner Berlin-Allergie. Wie heißt der Chef von Bayern? Ich sag's als wie der Borst, der Oberste von Bayernland. Ach, Gott sei Dank. Ich, äh, ich, äh, habe das Missionieren im Blut. Bin überzeugter Christ und fühl ich Gott noch näher, seit der Papst ein Bayern ist. Das soll der Welt dem Zeichen sein. Nur manchmal frag ich mich, warum ist's bloß der Ratzinger? Warum, äh... Alle Menschen fragen sich ja, können die nicht mehr. Einfach bloß grad ausgehen. Ja, ist es nicht zu schwer? Denkst du doch für ein Model mit grad neuen Anki Kuh zwischen Geiseltierchen und einem Möbel gehört schon was dazu. Und immer wieder sind da welche mit von der Partie die Samtspray für 10 Meter bei Alli Hauzer Donau und ich hab's dreh zum 10 Meter Geh. Ja, bei, ist es nicht schön. Die Steige ist gut raus. Das kommt jetzt wieder raus. Ja, ja, ja. Ja, bei, die Steige ist gut raus. Warum braucht's eine Schüge für ein Samt, die kann nicht jeder. Ganz einfach, Models sind schon blöd, doch die Türi ist noch blöd. Doch sitzen da die Heidi und der Payman und der Bruce bevor ein anderer Schau bei wieder zurück in die Anstalt muss. So fühlt man 20 Abendshows mit 20 dummen Schneuen die einfach ums Verrücker nix anstend nix abern wollen. Bloß 10 Meter Geh. Ja, bei, ist es schön. Die Steige ist gut raus. Das kommt jetzt wieder raus. Ja, ja, ja. Ja, ja. Die Steige ist gut raus. Und wenn's gewöhnt bist, brauchst du Nattern oder Intuitü. Vorne auf der Funny T-Fire oder der Fogü. So spreche ich dir das dann aus. Und schon ist mancher Playboy vom Topmodel entzückt. Weil ein, der die bloß gerade ausgeht, kann sicher nicht schlägt Arscher. Am Schluss langst du bei Flavio oder am anderen Priatore auf seiner Jacht und machst mit ihm und wie ein Grau Amore. Ha, ha, ha. Das kommt an 10 Stunden Geh. Ja, bei, ist es schön. Erst rein und dann raus und dann schüttet er den Arscher. Das kommt an 10 Stunden Geh. Ja, bei, ist es schön. Und wenn's schwanger dann noch raus. Ich bin vor, da bin gleich aus. 10 Stunden Geh. Ja, bei, ist es schön. Bis dahin, bis es geht raus. Das ist doch jetzt wieder laut. Und alle! Ja, bei, ist es schön. Bis dahin, bis es geht raus. Applaus, Applaus, Applaus. Danke! Danke euch! Also, ich muss noch was sagen.